Hä? Hm? Super, jetzt verkloppt mir wieder stundenlangen Wolf, wie den Bären zuvor. Wenn ich mal treffen würde. Es ist doch echt lächerlich, ganz im Ernst, sorry. Haut der ab? Ne, ich glaube der pennt aber nur. Weil so viel Damage habe ich in Morbida nicht zugefügt. Es ist cool wie im Dunkeln die Augen noch so leuchten, ne? Da. Ähm. Ich brauche noch Steine. Ich brauche Schleudermunition. Ich will die Knochen und das Leder von Wolfgang. Oder warte mal, habe ich noch eine schwere Waffe geschmielt, abgesehen von der helle Bart oder sowas? Ich glaube nicht, ne? Übungsschwert, den kann ich alles nicht benutzen. Übungsschwert, den kann ich alles nicht benutzen. Übungsschwert. 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 Ich meine, der Wolf wartet da drüben, oder? Also mehr oder minder. Was war das jetzt für ein Schwert? Ähm, nein, da. Claymore. So, weil Leder. Ich habe kein Leder, das ist doch scheiße. Ähm, was brauche ich denn für allen scheiß Leder? Oh, das kribbelt in der Nase. Hier hatte ich doch... Großes Malchus. Krummsiebel kann ich nicht. Dieses Panzerbrech, auch Leder. So, wahrscheinlich vernascht mich gleich der Wolf. Malchus. Ist aber ein großes Malchus gewesen, ne? Auch Leder. Also können wir das knicken. Kannst du knicken, das Ding? So. Ich hoffe mal, der kommt hier nicht rein. Intelligenz. Condi. Maximal Ausdauer, kurzfristig. Bewusstsein. Wirklichkeit. Stärke. Gekauft. Ich brauche sowas wie... Beheilung habe ich jetzt nicht, ne? Ich hatte noch irgendwo... Ich dachte, ich habe irgendwo... Ne, es ist falsch im Winter. War das der Karren? Ja, es war der Karren. Stärke. Erhöht Vitalität. Ich hoffe mal, das ist so eine Art Heilung. Flup. Nö. Scheint sich jedenfalls nicht wirklich auszuwirken. Macht das Schaden? Ist das eine Eisenwaffe? Keine Ahnung. Geht nicht als Waffe durch, ne? Ich weiß, ich soll das nicht mit der Übungswaffe machen. Aber ich habe keine andere Wahl. Oder er ist abgehauen. Das kann auch sein. Mist. Nein, er ist nicht abgehauen. Gleich liege ich lang. 100 pro. Du bist gestorben. Ich bin richtig tot jetzt, oder wie, oder was? Also, ich bin jetzt komplett tot, wenn ich das richtig sehe. Versicherung kaufen. Ähä. Okay. Das ist ja... Ist mir auch noch nicht passiert. Und mein Zeug ist jetzt weg, oder wie ist das? Ich bin ja noch nicht... Da ist Wolfgang. Liegt natürlich nicht. Aua. 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 Blöde Mistzau. Ähm. Moment mal. Ich habe da jetzt so einen bösen Verdacht, wenn ich meine Werte so sehe. Sag mir jetzt nicht, das ist alles gesettet auf Null. Dann kriege ich die Meise. Oh Gott sei Dank, das ist erhalten geblieben. Oh Gott. Ich hätte jetzt gerade echt Angst bekommen. So, bist die Mistzau. Ich weiß, ich bin jetzt voll im Arsch und so. Komm her, du Sack. Weil zu viel scheinst du ja auch nicht mehr zu haben. Ich bin gleich wieder tot. Yay. Aua. 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 So ein Scheiß. Aha. Bra... Ne. Chuch. Frch. Wo ist Wolfgang? Hier ist mein Grab. Plünder. Ach, ich kann auch nicht alles auf einmal nehmen, das ist doch Scheiße. Kannst du mit dem Gegenstand nichts anfangen, sondern Schwachsinn. Schuhe und da ist Wolfgang. Juhu. Tschüss. Finde ich jetzt nicht so lustig. Das ist jetzt schlecht. Eigentlich so ein scheiß Wolf, ne? Das ist schlimmer als so ein Kackbär. Klappt mal gar nicht. Umliegende Rüstung und bessere Waffe. So brauchen wir aber Leder. Bäh. Ich fahre gleich wieder. Ach, das ist scheiße. Alter. Hat keine Ausdauer mehr. Scheiße. Ja, ich glaube, das Spiel, das treiben wir jetzt noch ein paar Mal. Ich hoffe, das hat keine dauerhaften Konsequenzen. Das wäre nämlich schlecht. Ein solcher Scheiß-Wolf, ne? Ja, ja, ja. Hast du so gedacht, ne? Schleudermuni. Ich fahre den Flax-Kram ran. Ich fahre den Flax-Kram ran. Ich probiere das nochmal mit einer Schleuder, wenn ich dazu komme. Das ist echt scheiße. Also ich meine, wenn wir so weitermachen, dann haben wir in ein paar Tagen ingame, versteht sich? Vielleicht schon den Flax am Wachsen und so. So Schleuder herstellen. Einmal. Am besten. Ich trinke mal was. Moment. Tja, nicht ganz lustig, der Wolf. Sogar unlustig, wenn ich ehrlich bin. Blöde Mist, Saudi. Na gut. Es wird wieder hell. Guck mal, ob wir dem auch ein Schleudertrauma verpassen können. Guck mal, ob wir dem auch ein Schleudertrauma verpassen können. Ich rühre mich jetzt auch so nicht vom Fleck, aber mal fliegt zu kurz, mal fliegt zu lang, mal nach links, mal nach rechts. Das ist doch echt grausam. Ich weiß nicht, wie das Ding genau funktioniert. So, ich gucke, ob ich den jetzt tatsächlich mit dem Schleuderblatt kriege. Er scheint ja auf Abstand da hinten zu bleiben, vorerst. Alles andere, das liegt ja hier jetzt in Grabstätten rum. Dummerweise. Aber ich nehme das nochmal mit, falls die Schleuderflöten geht. Das ist alles Feuerstein, ne? Das ist doch kacke. Jetzt fahrt er wieder ab. Wahrscheinlich, weil ich zu weit weg war. Kommt dann bestimmt aber gleich wieder. So ein Mist aber auch. So ein Mist. Dann gucken wir jetzt mal von hier oben von der Mauer aus. Aber auf die große kommen wir noch nicht rauf. Wahrscheinlich springt er uns eh gleich wieder so halb ins Kreuz. Moment, Mikro richten? So. Wahrscheinlich hier irgendwo links in der Ecke, so sah es jedenfalls aus. Plündern, leer, warum ist das leer? Das gefällt mir nicht. Ach, da sind meine Stiefel und... Ein Übungsschwert. Da ist er. Mistzauelende. Ach, jetzt haut er ab. Wahrscheinlich kurz vor tot. Jetzt hat er mich auf den Sack gekriegt. Jetzt ist er wahrscheinlich wirklich kurz vor Essig. Jetzt darfst du gerne stehen bleiben, Sack. Äh, 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 nicht abhauen. Jedenfalls nicht so weit. Och, meine Ausdauer. Nehmen wir mal die Schleuder, weil wenn ich jetzt dichter gehe, dann haut er wieder ab, denke ich mal. Dann treffen wir angebracht. Hallo? So. Ich raff das nicht. Ich raff das nicht. Oh. Das Trolling-Game. Ach, scheiße. Ich habe kein Messer dabei. Achso, die Ausdauer ist auch im Eimer. Meine, meine Werte sind wieder Standard, so Willenskraft und sowas, ne? Das ist zurückgesetzt worden. Och, Alter. Ganz im Ernst. Der Scheißwolf ist einen Meter vor dir, den wirst du doch wohl treffen. Oder zwei. Das wird mal zwei Meter sein. Geht doch. Dead. So. Kann ich mir ein primitives Messer bauen? Ne, kann ich nicht, weil ich den Feuerstein noch brauche. Äh, Asche halten nach Materialien. Und dann... ... ... ... ...